In vielen Landesteilen ist der Sommer nach Deutschland zurückgekehrt. Er bleibt uns auch erhalten. Morgen so eine kleine Wetterfront, etwas kühler. Donnerstag, Freitag wieder sehr warm. Insgesamt der Trend bis Anfang September. Sommerliche Wärme um 25 bis 30 Grad und nur geringe Niederschlagssignale. Hallo und herzlich willkommen zum Wetter am Dienstag hier bei wetter.net. Der Sommer in Deutschland geht also in vielen Landesteilen erstmal weiter. Nur im Norden gibt es ab und zu ein paar Regenschauer, vor allen Dingen morgen. Gestern war es ja fast schon relativ kühl im Vergleich zu den vergangenen 10 bis 14 Tagen. In Bad Kreuznach nur 25,9 Grad. Der Höchstwert ist natürlich alles auch noch sehr sommerlich warm gewesen. 24 Grad, 25 Grad. Da wird es in den nächsten Tagen zum Donnerstag, Freitag nochmal deutlich wärmer werden. Stellenweise dann wieder über 30 Grad. Heute Morgen auch stellenweise im Norden relativ warm. Schleswig-Holstein, Helgoland 19,0 Grad. Meck-Pomm 17,8 Grad. In Metzingen, in Baden-Württemberg 17,0 Grad. Düsseldorf heute Morgen 16,4 Grad. Stuttgart 16,2 Grad. Also frieren musste man heute Morgen auch in den meisten Landesteilen nicht wirklich. Es gab gestern auf heute nochmal Regen. Vor allen Dingen im Südosten von Bayern. Da gab es von gestern Morgen 8 Uhr bis heute Morgen zum Teil über 25 Liter Regen pro Quadratmeter. Da war es also stellenweise nochmal eine recht nasse Angelegenheit. Ich hatte gestern gelesen, ich würde seit Wochen den Sommer herbeireden im August. Da muss man mal sagen, dann scheint es wohl geklappt zu haben mit dem Herbeireden. Da habe ich wohl wirklich interessante Fähigkeiten, die ich noch gar nicht kannte. Also der August momentane 2024 ist auf Platz 2 der wärmsten Augustmonate seit Beginn der Wetteraufzeichnungen 1881. Das ist ein Fakt, es ist ein sehr warmer August. Am Ende dürfte er wahrscheinlich zumindest in den Top 5 landen der wärmsten Augustmonate seit Beginn der Wetteraufzeichnungen. Das hier war der August 2003, der bisher wärmste August seit 1881. Und das hier, dieser kleine rote Gringel, das ist der aktuelle Stand unseres Augustes 2024. Er ist also fast ganz oben mit dabei. Wer hätte das gedacht? Wir schauen nach Hildesheim bis zum 4. September. Es ist eine kleine Achterbahnfahrt bis Anfang September. Und dann fällt auf zum Monatswechsel eine kleine Stabilisierung auf recht sommerlichem Niveau. Um die 25 Grad im Mittel mit ganz vielen Ausreißern Richtung 30 Grad und darüber. Da könnte vielleicht nochmal ein Sommeranlauf kommen. Anfang September bleibt also spannend. Zuvor so eine kleine Achterbahnfahrt. Mal ein bisschen runter zum Mittwoch, wieder rauf zum Wochenende, wieder runter zum Sonntag, Montag. Mittendrin ab und zu mal ein paar Schauer. Recht ähnlich auch in Ludwigshafen. Immer wieder längere trockene Wetterphasen. Etwas kühler morgen am Mittwoch. Dann wieder sehr warm bis zum Samstag, teilweise 30 Grad. Dann wieder etwas kühler. Und auch hier gilt, in den ersten September-Tagen sieht es sehr stabil aus. Nach recht spätsommerlichem Wetter um 25 bis 30 Grad. Ist also eine sehr spannende Sache. Da bleiben wir natürlich dran. Wir schauen auf die Großwetterlagenkarte. Das Hoch Nikolas ist weitergezogen. Das nächste Hoch Otto steht schon bereit. Donnerstag, Freitag viel Sonnenschein. Aber mittendrin, da mogelt sich hier diese Kaltfront rein. Und die bekommen wir in der kommenden Nacht zu spüren. Heute erstmal noch nichts. Da gibt es viel Sonnenschein von Nord bis Süd, von West bis Ost. Temperaturen im sommerlichen Bereich heute 25 bis 29 Grad. Vielleicht stellenweise auch im Preisgau mal knapp 30 Grad. Dann kommende Nacht kommt die Wetterfront mit Schauern. Teilweise einfach auch Gewittern. Und es ist sehr wechselhaft. Die Temperaturen gehen bis zum Mittwochmorgen auf Werte um die 16 bis 11 Grad zurück. Morgen dann sommerliche Wärme in Deutschland. Eher nur noch eingeschränkt ein Thema. Die Temperaturen liegen so maximal bei 18 bis knapp 25 Grad. Vor allem im Norden ziehen Schauer vorüber. Es ist windig. Hier so ein Hauch von Herbst fast schon. Aber das Ganze fängt sich rasch wieder. So am Donnerstag dann 22 bis 31 Grad. Die höchsten Werte im Südwesten mittendrin so alles Mögliche um 25 bis 26 Grad. Nach Norden am kühlsten mit 22 bis 23 Grad. Auch der Freitag bringt uns Sommerwetter in vielen Landestalen mit viel Sonnenschein. 22 bis 32 Grad werden erwartet. Die tiefsten Werte an der Nordseeküste bis zu 32 Grad im Südwesten. Und auch der Samstag wird dann relativ mollig warm werden. Eigentlich auch schon heiß, muss man halt so sagen. Ab 30 Grad ist es ja ein Hitzetag. Der könnte weit verbreitet erreicht werden im Osten, im Süden, zum Teil hier im Südwesten. 33, 34 Grad bis 35 Grad am Oberrhein nicht ganz ausgeschlossen. Und dann zum Nachmittag aus Westen in der schwülwarmen Luftmasse neue kräftige Schauer und Gewitter. Und die läuten dann einen kühleren Sonntag ein. Maximal noch 18 bis 27 Grad bis zu 28 Grad im Südosten. Ab und zu Sonnenschein mittendrin immer wieder Schauer und Gewitter. Es ist wechselhaft etwas mehr Stabilität. Schon zum Montag einzelne Regenschauer hier und da noch Temperaturen 20 bis maximal 24 Grad. Also merklich kühler bleibt es da auch. Der Dienstag dann schon ein bisschen, ja, freundlicher insgesamt. Nur noch im Norden einzelne Regenschauer. 20 bis maximal 25 Grad werden da erwartet. Und der Mittwoch dann schon wieder verbreitet. Sommerliche Wärme 25 bis 28 Grad. Im Norden 22 bis 25 Grad. Ab und zu ziehen ein paar Wolkenfelder vorüber. Und der Wetter trennt die letzten Tage im August. Der 29., der 30. und der 31. August 25 bis 33 Grad. Nächste Woche Donnerstag, nächste Woche Freitag 21 bis 27 Grad. Und der Samstag in einer Woche. Der letzte Augusttag 22 bis 28 Grad. Wir sehen es auf der Wetterkarte. Insgesamt sehr freundlich. Immer wieder Sonnenschein hier und da, vor allem im Norden. Auch mal ein paar kurze Schauer. Da kann es mal ein bisschen nass werden. Ansonsten eigentlich relativ angenehm. Das zeigt auch diese Wetterkarte hier. Das sind die Regensummen bis nächsten Dienstag, zum 27. August. Nach dem deutschen Wettermodell. Und wir sehen eigentlich in vielen Landesteilen kommt recht wenig bis gar nichts vom Himmel runter. 0 bis 2, 3 Liter Regen pro Quadratmeter. Wir gucken mal weiter im Modellvergleich auf das europäische Wettermodell. Auch hier bis nächste Woche Dienstag insgesamt so ein breiter Streifen. Da fällt relativ wenig bis gar nichts vom Himmel herunter. Im Nordwesten ein bisschen nasser. Vor allem im Südosten, da könnte es mal 40 bis 50 Liter geben. Vor allem in den Alpenraum hinein. Ansonsten ein großer Streifen. Da passiert erst mal fast überhaupt nichts in Sachen Niederschläge. Noch zum Schluss der Blick auf das GFS-Modell. Das macht es sehr nass Richtung Österreich im Alpenraum und ganz im äußersten Süden. Ansonsten hält sich's arken Grenzen. 4 bis 8 oder 9 oder mal knapp 10 Liter Regen pro Quadratmeter auf 7 Tage verteilt. Das ist nun wirklich nicht mehr viel. Die letzten Wochen war es zum Teil deutlich nasser gewesen. Vor allem im Juni und im Juli. Aber jetzt im August, da scheint sich das Ganze so ein bisschen zu stabilisieren. Wir sehen, dass hier auch hier in Norddeutschland bis zum 4. September kaum noch nennenswerte Regensignale und die Temperaturen vor allem hinten raus relativ sommerlich warm Anfang September. 25 bis 30 Grad zuvor auch so mal um 25 Grad, mal um 30 Grad wieder etwas kühler. Aber Anfang September, da müssen wir mal abwarten. Auch hier im Westen relativ stabil. Das Mittel um die 25 bis 27 Grad Anfang September mit Ausreißern bis zu 30 Grad und kaum noch nennenswerte Regensignale. Recht ähnlich das Ganze in Ostdeutschland. Auch hier zunächst so eine kleine Achterbahnfahrt. Aber Anfang September die mittleren Temperaturen stabil um 25 bis 27 Grad mit Ausreißern bei 30 Grad. Ab und zu mal ganz vereinzelt einzelne Schauer und Gewitter. Im Süden nasser um den 25. und 26. August, dazu auch ein bisschen kühler. Danach wieder wärmer und die ersten Septembertage bleiben auch hier recht stabil um 25 bis 27 Grad. Ab und zu ein paar Schauer. Recht ähnlich das Ganze in der Landesmitte. Wenig Regen bis zum 4. September. Temperaturen zunächst ein bisschen rauf, ein bisschen runter nach der Bahnfahrt. Aber Anfang September im Mittel zumindest relativ stabil im sommerlichen Bereich um die 25 bis 27 Grad. Ja, es ist also spannend. Insgesamt sieht es doch sehr sommerlich aus bis Ende August und sogar bis Anfang September. Das war eben im Juni und Juli teilweise deutlich wechselhafter gewesen. Es scheint tatsächlich so zu sein, der August hat noch die Kurve bekommen in diesem Sommer 2024. Und der September könnte zumindest auch noch sehr sommerlich daran anknüpfen und erstmal freundlich und relativ warm weitergehen. Das sind die Trends des heutigen Dienstagmorgens. Das war's vom Wetter. Tschüss, bis bald.